wir sind in einem raumschiff verdammt normal also wir sind jetzt aktuell wirklich in einem raumschiff ich mag es einfach schön auf dem einen gelandet den anderen zersägt und 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 Hab ich da oben irgendwas oder was sehen? Nö. Den Schlüssel hab ich auch noch nicht. Ah. Hä? Hä? Okay. Ah, da wär die Craft-Kanone okay. Da liegt wie ein Schrein zu Bewaffnungszwecken. Okay. Ah. 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 Aha. Ah. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, das hat er jetzt sein müssen hier. Oh, das war's. Das war's. Das war's. Das sieht aus, als ob's hier gleich eine Läuterung geben würde. Das war's. 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 Da war's. Und wo war's. Die habe ich auch irgendwo gesehen. Ich glaube, die war weiter oben. Wenn da jetzt Gegner sind, weiß ich, ich bin richtig. Warte mal. Wo war der Weg dann nochmal? Ach, der war da unten. Ja, hier. Oder? Ja, hier. Keine Gegner. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Ah, ja. Ja. Oh, oh, oh. gott die haben hier echt probleme leute das sieht aus als ob gleichen läuterungsprozess beginnt hey läuterungsprozess so Oh, fuck, 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 fuck. Alter, die Waffe ist gut. 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 Alter, die Waffe ist gut.